Deutschland suchen Leute, suchen gut ausgebildete Fachkräfte und das schon eine ganze Weile. Der Mangel ist immer noch allgegenwärtig. Christian Dustmann ist Professor für Volkswirtschaftslehre am University College in London. Nun sind bei so vielen Flüchtlingen die einzelnen Voraussetzungen ganz unterschiedlich. Aber mal ganz grundsätzlich, sind die vielen Menschen nicht auch eine große Chance? Nun, im Augenblick können wir das noch nicht genau sagen. Wir wissen nicht, wer überhaupt seine Asylbewerbung letztendlich positiv entschieden haben wird. Wir wissen auch nicht, wie sich dann diese Immigranten zusammensetzen. Wir wissen nicht, wie gut sie gebildet sind. Über all das haben wir im Augenblick eigentlich noch gar keine Daten. Also wir werden noch etwas abwarten müssen, bevor wir da etwas dezidierter uns positionieren können. Es ist ja vor allem schwierig, die Ausbildung und die Berufserfahrung der Flüchtlinge zu dokumentieren. Wer fliehen muss, um sein Leben zu retten, wird kaum Zeit haben, an solche Unterlagen zu denken. Was kann da getan werden? Sicher, das ist natürlich immer so. Wenn man neue Migrationsbewegungen hat, dann ist es immer sehr schwierig zu beurteilen, wer eigentlich kommt, wer eigentlich gekommen ist. Und selbst wenn wir beobachten könnten, welches Ausbildungsniveau diese Individuen haben, ist es trotzdem sehr schwierig, wie sich dieses Ausbildungsniveau in den deutschen Arbeitsmarkt einbringt. Das ist aber nicht ein besonderes Merkmal dieser Immigration. Das haben wir eigentlich bei allen Immigrationsbewegungen. Die Unternehmer wünschen sich ja auch einfachere Rahmenbedingungen, um Flüchtlinge einstellen zu können. Kürzere Ausbildungszeiten zum Beispiel. Wäre das ein probates Mittel? Nun, wiederum, das kommt darauf an, was diese Immigranten mit sich bringen und muss eben entsprechend entschieden werden. Sprache ist sicherlich ein großes Problem in Deutschland, ein weniger großes Problem in Großbritannien. Aber ein sehr ausgebildeter Mechaniker zum Beispiel, sehr gut ausgebildeter Mechaniker zum Beispiel, ist sehr schwierig in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren, wenn er nicht die deutsche Sprache spricht. Also wir werden sicherlich darüber nachdenken müssen, entsprechend komplementäre Skills, komplementäre Fähigkeiten diesen Migranten beizubringen, die es ihnen dann erlaubt, ihre Fähigkeiten und ihre Ausbildungen auch wirklich produktiv in den deutschen Arbeitsmarkt einzubringen. Und was bedeuten die vielen Flüchtlinge ganz grundsätzlich in Deutschland? Es gibt ja auch diffuse Ängste, dass sie den deutschen Arbeitsmarkt eher belasten als nützen. Naja, der deutsche Arbeitsmarkt ist sehr groß. Deutschland hat 80 Millionen Einwohner. Und wir sprechen immer noch über relativ geringe Migrationsströme. Wir haben auch in der kürzeren Vergangenheit in Europa sehr viel größere Immigration gesehen, zum Beispiel nach Spanien, selbst nach Deutschland. Von 1958 bis 1970 hat sich der Anteil der im Ausland Geborenen in Deutschland von ungefähr 0,1 Prozent auf ungefähr 10 Prozent erhöht. Das war sicherlich eine sehr große Migrationswelle. Was wir im Augenblick sehen, ist sicherlich noch nicht in dieser Dimension. Christian Dustmann, haben Sie vielen Dank. Christian Dustmann, haben Sie vielen Dank.